Bitte sag mir, gibt's ein Checkpoint. Okay, es gibt kein Checkpoint. Na geil. Egal, mit Pfeilen bin ich hier trotzdem gut gewappnet. Wenn mir keines dieser Minigargo jetzt hier umkommt, dann geht das eigentlich. Das ist echt gemein. Wenn die Gegner einfach mal so aufkreuzen, wie sie wollen, dass man keine Chance hat, sich irgendwie groß dagegen zu wehren. Ich würde sagen, hier wird's wieder stressig. Ein Firebrand am Hals ist kein Zuckerschlecken. Ach man, warum musst du mir schon wieder... Geh weg. Das ist so bescheuert. Ah nein, dann nehme ich dieses Scheißding auf. Na gut, jetzt ist es vorbei. Das ist doch scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Aber es ist machbar. Nein, aber nicht so. Scheiße. Ja, und ich krieg hier wieder diese nutzlose Dings-Waffe. Ich bin zu misquisi, sie können wir damit nicht. Haben gerade gefunden, Raven Knight. Hah! Ja, okay. Also mit diesem Ding wirklich diese Köpfe anzugreifen ist nervig. Es gibt glaube ich nichts ätzenderes. Da ist das Hacke-Ball ja noch angenehm. Ach, das gibt's nicht. Komm runter. So wird das nichts. Komm. Das ist... Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ah! Na jetzt endlich Träumeier. Gott sei Dank ist das viel weg Und jetzt sagt mir, dass da oben in der Truhe Gleich wie eine grüne Rüstung ist Und jetzt drehe ich am Rad Na, bei Fuß, komm, los, greif an, greif an Das Ding kann ich aber auch echt nicht hervorlocken Ach ja, super Na komm, nur noch ein paar Träte Das Vieh ist lästig Aber ich krieg's Das dauert zwar, aber gut, das funktioniert Ach, wunderbar Na gut, das Ding fliegt aber trotzdem nicht besser Das ist für Firebrand ein bisschen scheiße Also diese Waffe zumindest Also ich kriege hier noch was Nettes Eine Goldrüstung, ja, ja toll Das hat lange gehalten Warum mach ich meinen Feil und Bogen nicht mehr Na komm, hoffentlich schaff ich Firebrand auch Ich hab immerhin Ich hab immerhin Nur Rüstung Und damit tue ich das doch Ja Leichtes sein Okay, das klappt aber nicht so, wie ich's Gehofft habe Dieses Ding ist einfach nur nervig Aber wenn man weiß, wie man am besten Gegen die Form Gehen muss, ohne dass sie die Feuerbälle spucken Geht's eigentlich Okay, das war ein guter Träte War nicht mal groß geplant Aber es hat funktioniert Ja, diese Waffe ist echt scheiße Ich sollte definitiv was besseres finden Weil, wenn da wirklich die Zeit abgeht Da hab ich ja gar nicht drauf geachtet Ich dachte gerade, warum sterbe ich jetzt Jan Hackebeil Ach Die können wir gerade echt nichts, oder? Das ist auf jeden Fall besser als das Ding Ja gut, das macht schon ordentlich Schaden Also es zieht zumindest schon gut was ab Und dauert nicht ewig Okay, jetzt wird's auf jeden Fall richtig knifflig Ja Genau, das mein ich Ich glaube, meine Rüstung krieg ich trotzdem nicht mehr Na gut, das ist auch eine interessante Methode Und jetzt mit dem Hackebeil Ne, ich krieg eine Lanze Ich bleib erstmal bei dem Hackebeil In der Hoffnung, dass ich Damit gegen Firebrand ankomme Nein Ich brauch schon Feier und Bogen Okay Zwei Credits hab ich noch Ich hatte jetzt schon Angst, dass es mein letzter schon wäre Ich kann's noch packen, wenn ich Glück habe Ich müsste den ersten durchlaufen Halt Nein, das ist wieder dieses Scheißding Damit brauch ich nicht wieder Jahre Oh Okay Jetzt ist es vorbei Na drei von den Mini Gargoidschips Ja Also ich bin froh, dass ich nicht runtergefallen bin Weil sonst weiß ich, wie diese Kackwaffe wir anheizt Aber ist gerade trotzdem scheiße Eine Fackel Na damit komme ich auf jeden Fall nicht vernünftig an diese Köpfe dran Also bleibe ich noch beim Hackebeil, bis ich Feier und Bogen kriege Also für diese Stages ist Hackebeil echt nicht verkehrt Das geht zumindest, finde ich jetzt Ja, gut Das war nicht so schön Moment, ich kann mal was anderes probieren Aber nee, das ist mir zu riskant Feinzuspringen So Die kriege ich von hier am besten Und dann wird das Ganze jetzt Mit Firebrand wieder etwas lästiger Ich kriege keinen Feier und Bogen mehr Habe ich so das Gefühl Na toll, das Spiel Hasst mich Wenn ich zum Ah, zumindest die grüne Rüstung nochmal bekomme Also selbst die wird mir nicht mehr gegönnt Ich kriege nur eine Fackel Dieses komische Schwärzding Oder verliere meine Logistik Scheiße Und gegen Firebrand ist es ja sowieso ein Horror Für sich Ja gut Also noch drei Versuche Dann war's doch Also eigentlich kriege ich noch ein weiteres Continue Aber Ich hoffe einfach, dass es jetzt endlich glückt Dass ich meine Pfeile kriege Und das Ganze hier vernünftig beenden kann Gut, die Messer wären eigentlich auch nicht schlecht Jetzt bin ich am überlegen Soll ich's machen Ich komm damit Gegen Firebrand zwar nicht an Wobei Wenn ich Ich versuch's einfach mal Ist jetzt sowieso egal Sind die Viecher weg? Ja, die sind weg Ich hoffe, ich werde kein Dojo heute Abend brauchen Das eigentlich was ich heute Abend dann noch brauche Ist irgendwie Ja Keine Ahnung Irgendwie ein Sandsack oder so Wo ich mich danach reagieren kann Ich hab keine Ahnung Scheiße, ey Mann, du fliegst doch um Das geht natürlich hier wieder nichts Ausverhaltene Lanze Die ich nicht brauche Und ich habe den verdammten Firebrand am Hals Der mich innerhalb von Sekunden umbringt Nein Bloß keine Siche Mann, was mach ich? Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich da oben hingehe Das war dumm So, jetzt heißt alles oder nichts Ich wollte gerade sagen Entweder flieg ich hoch oder lass mich in Ruhe Okay, das war fast schon hinterherätig Okay, das war fast schon hinterherätig So Nummer 1 weg Schäde Nummer 2 Ich werde jetzt erstmal an der Reihe Und sich gleich nur Plan B in Kraft treten lassen Weil dieser Mini-Gagou ist scheiße dort Ich springe nämlich jetzt zurück Ja, und nun Jetzt bist du weg Ich wollte gerade sagen Ich wollte gerade sagen Weiß endlich zu So Jetzt muss ich noch die Firebrand-Flage beseitigen Und ich hab's Das war natürlich auch scheiße Ja, zu treffen Ja, toll Weiß du was, Firebrand? Mensch, bleib da Ach nein, ich muss dich beseitigen Weil sonst Wird das da oben scheiße Ich weiß jetzt nicht, ob er mich gerettet hat Oder Ach, scheiße Okay, einen hab ich noch Wenn ich wenigstens Pfeile kriegen würde Aber die werden mir einfach nicht gegönnt Die gibt's hier, glaub ich nicht Warum hab ich die überhaupt ausgewechselt? Ich weiß es nicht Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt hier ein großes Problem habe Wenn nicht noch irgendwie ein Wunder geschieht Wunder Okay Komm runter. Los. Danke. Das war's. Danke. Wenn ich jetzt nur wusste, wie ich am besten gegen Firebrand vorgehen soll. Aber ich weiß es nicht. Das einzige, was ich machen kann, ist ihn nicht jagen, aber selbst das bringt mir nichts. Oder ich versuch's mit Plan B. Ja gut, das bringt mir auch nichts. Ich würde sagen, das Ding hat mir an den Arsch gerettet. Was ist das? Okay. Das hat mir jetzt was gebracht. Weil ich hab ja schon ein Schild. Okay, das Ding hat mich getroffen. Auch gut. So, dieser Drache ist zu mächtig. Jetzt kann mich echt nichts mehr aufhalten. Außer halt ein paar Geister oder Truhen. Nein. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Achso, dazu ist das gut, okay. Ist aber trotzdem fast schon sinnfrei. Aber einmal weiß ich jetzt, was dieses Schild bringt. Das war knapp. So, jetzt muss ich's nochmal so angehen. Wie habe ich die Truhe ausgelöst? Da ist es. Boah. Nicht mit mir. Das war's. Das ist echt nicht wahr. Jetzt kann ich nur noch ein Wunder helfen. Jetzt brauche ich dieses Wunder auch nicht mehr. Jetzt denke ich doch, wo ich wirklich früher kommen könnte. Das ist nicht wahr, das Spiel hasst mich. Also entweder wenn ich jetzt Game Over gehe. Oder diesen Durchlauf noch schaffen sollte. Dann ist für heute Feierabend. Weil das Spiel hat mich jetzt doch sehr an den Narven generkt. Oh Gott. Oh Gott. Dass ich echt schon ziemlich am Ende bin. So, Feierabend hat jetzt auch nichts mehr zu lachen. Hm. Okay. Das sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, das Schild. Naja. Warum nicht? So. Das wär fast mein Ende gewesen. Ich überlege gerade. Was kam jetzt nochmal Schreckliches? Oh, die Geister. Ah. Die Geister, die ich rief. Ich hab's aber nicht gerufen. Ich will sie erledigt haben. Ruf mal einer. Bitte schnell die Ghost passen. Das. Was? Okay. Ja. Das war's. Das war's. Schade. Ach man. Da krieg ich mit meinem letzten Versuch erst diesen Scheißpfeil. Ach man. Also bitterer geht's echt nicht. Da find ich ja noch das Ende vom Battletoads. Sag ich mal angenehm. Das ist nicht wahr. So kurz vorm Ziel. Ach. Dann gute Nacht Alucard Goon. Danke auf jeden Fall dass du dabei warst. Ich hoffe dir hat's trotzdem Spaß gemacht so zu schauen. Auch wenn ich mich jetzt. Auch wenn ich's wieder verkackt habe. Ach scheiße. Ja. Soviel dazu. Das lief auf jeden Fall nicht besonders gut heute Abend. Ne. Machenversuch mach ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Für heute Abend. Das reicht. Ich bin am Ende. Das reicht. Ja. Ich hoffe diejenigen die da mit dabei waren hatten auch trotzdem Spaß beim Zuschauen. Auch wenn's jetzt gegen Abend ruhiger war. Und auch für mich etwas nervenaufreibender. Echt zu ärgerlich dass ich's nicht noch gepackt habe. Das ist. Dass ich auf Fall wirklich erst so. Ja. So spät bekomme. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Fürs Beistehen. Muss ich ja schon fast sagen. Und dann hoffe ich sieht man sich beim nächsten Stream oder eventuell bei meinem Let's Plays wieder. Deswegen verabschiede ich mich hier. Und sage einfach mal. Auf Wiedersehen.